Falls du Interesse hast, deinen eigenen Kumbucherpilz zu haben, zu pflegen, zu hegen und für dich arbeiten zu lassen, könnte ich ihn dir abgeben. Ja, zeig ihn mir mal. Komm gleich. So schaut er auch an's. Okay, also, was hat sich in der Zwischenzeit getan? Da fällt mir ein, wir haben bei der Netidee eingereicht. Da gibt's 50.000 Euro zu holen und haben noch keine Antwort bekommen, aber soweit ich weiß, wird da die Entscheidung auch erst im Oktober bekannt gegeben. Was? Der Zettel ist weggeflogen. Es kam ein Windstoß und plötzlich war er weg. Herzlich willkommen zum neuen Vlog for a Change. Helmut, was ist passiert über den Sommer? Zeig's uns einmal, zeig's uns einmal. Schaut's einmal. Ich geh jetzt einmal auf unseren Prototypen. Dein Engagement startet hier. Was möchtest du in der Welt verändert sehen mit Suchfenster? Was führt dich zu Patron for Change? Ich bin neugierig, ich weiß was zu tun ist oder ich will mithelfen. Featured Projects? Was wir mit deinem Geld machen? Du bist interessiert? Oder bist du ein Changemaker? Gut, also ihr habt jetzt gesehen, es ist einiges weitergegangen im Sommer und wir wollen euch jetzt wissen lassen, wie wir dazu gekommen sind. Der springende Punkt war, dass wir über den Verein Option 2.0 Plattform zur Stärkung der Zivilgesellschaft einfach mal einen Call gemacht haben und gesagt haben, wir brauchen Leute, die uns helfen. Und da hat sich dann ein HTL-Schüler gemeldet und gemeint, kann man bei euch ein Praktikum machen? Haben wir gesagt, ja, wir sind ein offizieller Verein, kein Problem. Und ja, und der hat dann begonnen bei uns ein Praktikum zu machen und hat dann eine andere Person dann dazu gebracht, auch im Juli ein Praktikum zu machen. Also jemand aus seiner Klasse. Dann waren sie zu zweit im Juli und im August waren sie dann wieder zu zweit. Er ist geblieben und ein anderer seiner Kollegen ist dazu gekommen. Das heißt, insgesamt haben drei Personen über den Sommer daran gearbeitet und da ist einiges weitergegangen. Und nun, damit ich das recht verstehe, das heißt, die HTL-Schüler, die müssen sowieso ein Praktikum machen. Das heißt, wenn man einen offiziellen Verein hat, dann ist das natürlich eine super Chance, wie man da Programmierleistung von Leuten bekommt. Und für sie eine super Chance, hineinzuschnuppern in Vereinsarbeit und so weiter. Ist das richtig? Ja, ich bin eigentlich begeistert von der Situation, dass es Leute gibt, die was lernen wollen und dafür ein Praktikum machen müssen. Und dadurch Leute unterstützen können wie uns, die genau diese Leistung brauchen. Und es ist so gesehen eine Win-Win-Situation. Eigentlich eine perfekte Ausgangssituation. Perfekt einfach. Ja, man darf nicht vergessen, dass sie es ja nicht für uns gemacht haben, sondern für das Projekt Patron for Change, das ja eigentlich für das Gemeinwohl da ist. Ja, in Wahrheit ist es so, dass es mir einfach so ein Anliegen ist, dass Patron for Change die Welt kommt, weil es einfach so viel zum Positiven verändern kann, dass wenn ich jetzt sage, ich oder wir, dass ich natürlich das Projekt meine. Aber es ist einfach auch ein persönliches Anliegen und so gesehen kann man das jetzt nicht so hundertprozentig trennen. Ja, was hat sich noch getan über den Sommer? Ja, wir haben ein neues Teammitglied bekommen, die Laura. Ja, das mit der Laura, das war irgendwie eine witzige Geschichte, weil ich habe ja mal vor über einem Jahr, glaube ich, habe ich ja diese ganz einfache Homepage für uns gestaltet, fearchange.at. Und irgendwie hat die Laura uns auf dieser Seite gefunden und hat gesagt, ja, ich möchte mitarbeiten. Und seitdem sind wir eigentlich zu dritt im tatsächlichen Kernteam. Also ist irgendwie auch eine witzige Sache, dass du einfach nur was online stellst und auf einmal kommt schon irgendwie eine Response. Also Patron for Change macht in dieser HTL scheinbar die Runde, weil unsere Praktikanten sind zwar in der fünften Klasse, aber in der vierten Klasse müssen sie auch während des Jahres ein Praktikum machen in der Gruppe. Und da irgendwie hat sich das herumgesprochen, eine Klasse runter, dass es Patron for Change gibt und dass es ein cooles Projekt ist. Und da hat sich jetzt eine Gruppe in dieser Klasse, in einer vierten Klasse gemeldet bei unserem Praktikanten in der fünften Klasse, dass sie gern da mitmachen würden. Und jetzt haben sie sich überlegt, was könnten sie da jetzt als ganz eigenes Projekt schaffen für Patron for Change. Und das ist eine Patron for Change App. App. Eine Patron for Change App. Patron for Change App. Also ich habe jetzt nachgeschaut. Wir sind ja eingeladen zu einer Veranstaltung, die im November stattfinden wird. Und da habe ich mir jetzt genau angeschaut, worum es da geht. Und zwar heißt die Veranstaltung Entrepreneurship Summit 2017. Ganz nach dem Motto, sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Sich für eine positive Veränderung einzusetzen zeigt, dass man bereit ist, Verantwortung für sich selbst und auch für andere zu übernehmen. Der Entrepreneurship Summit Global Goals bietet die Möglichkeit, von Best Practice Beispielen zu lernen und will Mut machen, selbst die Next Practice mitzugestalten. Cool. Ja, okay. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Ja, der Johannes Lindner, der das initiiert hat, der hat uns bei einem Termin eingeladen, da mitzumachen. Einerseits können wir uns dort präsentieren, Netzwerke nützen, die vorhanden sind. Und andererseits sollen wir aber auch eine Klasse dabei begleiten, bei ihrer eigenen Experience in diese Richtung zu gehen. Wie genau das ausschauen wird, werden wir noch erfahren. Gut, jetzt wisst ihr, was sich alles über den Sommer getan hat und dass wir eigentlich eine Website haben, die am Fertigwerden ist. Und wenn ihr den Rest des Teams, also unsere Programmierpraktikanten kennenlernen wollt, dann bleibt einfach dran, weil wir werden bei den nächsten Treffen die Kamera dabei haben. Oder will man mit gescheitem Equipment einfach sich anschauen, wie machen es die Profis und versuchen auch so aufzutreten wie ein Profi. Voll. Hast du das jetzt gefilmt? Ja. Das Wichtigste von heute Nachmittag war natürlich die gute Verpflegung. Also es wäre hier noch Raum für Product Placement. Das heißt, wenn jemand gerne in diesem Video vorkommen will gegen Geld, kann es natürlich machen. Weil jetzt zeigen wir natürlich noch nicht, welche Marke dahinter steckt. Das ist eine super Idee, Helmut. Danke. Okay. Man soll nach den Sternen.